Hi ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauten von Flowers bei Schauten und bei dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich noch so leicht warme Temperaturen geben. Trotzdem möchte ich jetzt langsam schon mit den ersten winterlichen Ideen kommen und wer schon länger bei mir beim Channel ist, weiß ich liebe den Winterwald und den habe ich dieses Jahr wieder neu interpretiert, also mittlerweile glaube ich 5.0 und ich möchte gerne zeigen, was ihr in eurem Hochbeet pflanzen könnt. Ich glaube mittlerweile haben die Tomaten und die Kräuter ausgedient, die Kräuter können wir teilweise wieder nutzen. Ich würde sagen, ich zeige euch erstmal was ich Schönes mitgebracht habe und dann zaubern wir wieder was Schönes. Zwei große Efeu-Rankenpflanzen, dann habe ich hier eine Zypresse, hier habe ich einmal Pinussorten mitgebracht, die ersten Helleboris, ein bisschen Mühlenbeckia, natürlich die passenden Häuschen, eventuell Kerzen, man kann natürlich auch mit Holzhäuschen arbeiten, dann habe ich auch noch ein paar Bäumchen mit Licht mitgebracht und ja, wie gesagt, ich probiere ja den Winterwald immer wieder neu zu interpretieren und da braucht man irgendwie eine längliche Schale dafür und das kann man ganz toll im Balkonkästen pflanzen oder in diesem Falle einfach mal in einem Hochbeet, der hat einfach seinen Soll erledigt, wir pflanzen immer frische Kräuter rein, die habe ich jetzt teilweise noch abgeschnitten, also die könnte ich jetzt trocknen oder einfrieren oder ich nehme sie noch für dekorative Zwecke, aber wie gesagt, das sah alles nicht mehr so prächtig aus und vielleicht wird der ein oder andere sich wundern, warum ich Efeu mitgenommen habe, aber das ist für mich die neue Interpretation, um ein Bäumchen zu gestalten, also die möchte ich gerne hier einpflanzen nachher, also hier ist Vlies drin, hier haben wir eine kleine Drainage aus Hydrostein gemacht, also alles kein Problem und dann habe ich diese Äste, also das sind einfach diese Bambusstäbe, die zum Stützen vom Efeu da sind, die habe ich rausgenommen und meine Mutter war die gestern im Laden am dekorieren und ich dachte, hey, warum machen wir das mal nicht ganz anders? Wir machen da Weihnachtsbäumchen raus, also ich habe jetzt einfach diesen Bambusstab mit Moos umwickelt und möchte die dann nachher mit dem Efeu umwickeln und ihr seht schon langsam die Form, so kann ich halt ein XXL-Bäumchen auf einer natürlichen Art und Weise machen, eigentlich die gleiche Form wie diese hier und wie gesagt, klickt sonst auch gerne bei meinen Videos rein, die ich die letzten Jahre gemacht habe, weil ich muss ehrlich sagen, ich mag all meine Winterwälder, also meine Winterwaldinterpretation, aber ich finde das hier auch sehr schön, ich werde da nachher nochmal eine Lichterkette mit einarbeiten, natürlich diese wunderschönen kleinen Bäumchen einpflanzen, wie gesagt, wir haben teilweise, also die Zypresse, die hatte ich jetzt noch vom letzten Jahr, dann habe ich noch ein etwas größeres Bäumchen, die werde ich jetzt langsam Schritt für Schritt bei uns in den Kübeln einpflanzen, natürlich könnt ihr das auch noch kombinieren mit Heide, ich mache jetzt aber wirklich so eine reine Wintergeschichte davon, ich finde, das kann man ruhig mixen, also da blühen noch die Sommerblumen, dann habe ich da hinten noch Oleander, dann ist da ein bisschen Herbst und hier ein bisschen Winter, aber wie gesagt, ich möchte euch einfach jetzt schon viele Ideen geben, was ihr dann auch im November umsetzen könnt, für den einen oder anderen mag es vielleicht zu früh sein, um das hinzustellen, aber ich finde diese Betonhäuschen zum Beispiel, hatte ich letztes Jahr in Rot, die finde ich noch nach wie vor richtig schön, aber die habe ich dieses Jahr auch im Beton und wer keine Betonhäuschen hat, also diese hier, die verkaufen wir zwar auch, aber sowas kann man sich ja auch selber bauen und das finde ich auf jeden Fall auch sehr süß. Und beleuchtet werden die Bäumchen, die wir fertig machen oder ich werde das dies Jahr ein bisschen anders machen, wir haben Outdoor-Kerzen, die mögen vielleicht so auf den ersten Blick nicht so schön aussehen, aber die können Hitze haben, die schmelzen nicht weg und die flackern halt ein bisschen und dann werde ich diese Bäumchen und die Häuschen positionieren. Für alle, die sagen, ich will auf gar keinen Fall mir Efeuern schaffen, dann kann man natürlich auch einfach diese Bambusstäbe nehmen oder allgemein Äste, die ihr vielleicht auch in der Natur findet und die könnt ihr mit Moos umwickeln oder ich dachte, ich mache jetzt einfach noch ein Bäumchen fertig mit Moos und ein bisschen mit diesem schönen Rosmarin, was ich hier habe. Ihr seht, das ist etwas zapfenartig. Wenn dann nachher noch erst ein bisschen Moos drunter ist, wirkt es noch etwas natürlicher und dann kann ich da auch noch eine Lichterkette zuziehen. Um noch ein bisschen Farbe reinzubringen, kann ich es mir nicht nehmen oder lasse ich es mir nicht nehmen, doch noch hier und da ein paar helle Borres reinzusetzen, weil es halt einfach eine winterliche Dekoration sein soll und sowas finde ich, kann man auf jeden Fall bis zum Februar stehen lassen. Ich würde sagen, ich werke jetzt erstmal eine Runde fertig und werde die erste winterliche Dekoration 2023 fertig gestalten. Das Werk ist vollbracht und die Katze steht schon da hinten, um das zu begutachten. Normalerweise ist der Teddy immer hier bei mir auf dem Tisch, der ist jetzt aber leider nicht da, also muss es von unten anschauen. Jetzt gucken wir uns das aber alle mal einmal zusammen an. Was haben wir genau gemacht? Also, wir haben ein eigenes Lichtbäumchen gebaut aus diesen Bambustäben, da haben wir dann Moos drum zugewickelt und dann einmal das Efeu. Ich fand es ein bisschen steif, wären es nur die Bambustäbe gewesen. Der Kameramann hat das grandios gemacht, dann noch eine Lichterkette dazu und dann hat man ein Lichtbäumchen. Dann haben wir hier noch ein weiteres Lichtbäumchen, das ist aus Strom, deswegen leuchtet das natürlich auch etwas heller. Da haben wir den alten Rosmarin reingesetzt, also man kriegt wirklich Hunger, wenn man hier steht. Es sieht sehr, sehr schön aus und ich hoffe, dass es gut eintrocknet und dann natürlich die Betonhäuschen positioniert. Der ein oder andere sieht es, also wir haben da diese LED-Kerzen für außen reingesetzt, weil ich erhoffe mir daraus, dass es einfach so ein bisschen schöneres, indirektes Licht ist wie eine Lichterkette, aber das werden wir heute Abend sehen. Vielleicht, dass wir noch ein paar Bilder einfangen und auf Instagram posten. Hier habe ich die Kerze etwas weiter nach hinten positioniert, weil ich bin gespannt, wie das Licht am besten aussieht. Dann nochmal einmal die helle Boris und die Mühlenbeck hier hinzugefügt, damit es halt nicht nur Tanne und Wald ist, sondern so ein bisschen unter den Bäumen wachsen noch ein bisschen diese wunderschönen Stauden. Ein paar Zapfen dazu, dann habe ich hier noch ein bisschen Moos. Und wer möchte als Tipp, ihr könnt gerne noch Schneeglöckchen oder Krokusse einpflanzen in weiß. Das würde richtig cool aussehen, wenn die dann im Februar oder März so ein bisschen rausploppen. Das mag ich sowieso ganz gerne zu integrieren in Herbst-Winter-Bepflanzung. Ihr seht, hier unten ist auch nochmal ein Häuschen. Also wenn ihr zwei Ablagen habt, immer mit integrieren, da kann ich jetzt auch noch eine Gießkanne hinstellen oder einen Korb mit Zapfen und da hat man ein perfektes Stillleben. Ja, ich bin gespannt, wie ihr die neue Interpretation findet von diesem Winterwald. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Und damit ist die Saison eröffnet für die Herbst-Wintersaison. Ich freue mich da sehr drauf, wenn ihr mich begleitet und wünsche euch einen schönen Abend und bis bald. Ciao, ciao! Ciao, ciao! So, Kameramann, jetzt musst du das nochmal einmal wegtragen vorne zum Eingang oder schön positionieren. Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt gerne hier unten. Und wer noch kein Abo hat, aber immer tolle Ideen sehen möchtet mit Grünpflanzen, mit Pflanzen aus dem Garten, für innen und außen, ist genau richtig. Die geilste Zeit kommt jetzt. Abonniert einfach hier oben meinen Kanal.